Von A wie Alu bis Z wie Zäune. Erich Magal ist ihr Spezialist für Stahlbau und Schlosserarbeiten in Leopold Schlag. Erich Magal und sein Team setzen auf einwandfreien Service sowie Qualität in der Arbeitsweise. Hier werden Lösungen für ihr eigenes Projekt gefunden und perfekt umgesetzt. In der Werkstätte werden Teile individuell für ihr Vorhaben gefertigt. Beispielsweise für Geländer, Stiegen oder als Stützen und Träger für Gebäude und Anlagen. Eine sorgfältige Arbeitsweise garantiert perfekte Ergebnisse. Und die können Sie von Erich Magal und seinem Team in allen Belangen erwarten. Egal ob Planung, Fertigung oder Durchführung, hier werden fachmännisches Wissen und qualitativ hochwertige Materialien in Einklang gebracht. Also, worauf warten Sie? Lassen auch Sie sich von Erich Magal und seinem Team überzeugen und nehmen Sie Kontakt auf. Ich freue mich gar nicht. rut